Javier. Ah ja, komm, die Zeit haben wir. Ich höre auch was, aber ich sehe ihn noch nicht. Ja, hallo, wer bist denn du? Du bist ein feiner, so. Wer will denn jetzt da was? Hallo, wie geht's denn da? Der ist das nicht, oder? Was haben wir denn hier? Es ist nicht Bunk, Mr. Calloway, Sir. Es ist Geschichte. Geschichte, die Zeit sind. Die Todes haben Glück gehabt, die Leben muss immer zuhören. Das ist wie immer. Aber du hast die Newton-Twins gefangen? Ich habe keine Püge über die Newton-Twins gefangen. Eine war eine Frau, in der Zeit. Aber du hast Freunde in 1973 gemacht. Du hast die Alabaster-Träile zusammengebracht. Das ist eine lustige, die Püge über die Püge sind. Sie sind kalt, wie sie ihre Tams. Was? 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 Ich denke, jetzt, du ihn selbst zu töten. Ich will ihn nicht zu töten. Ich will ihn zu töten. Er ist ein Gott. Ich versuche seine Biografie zu schreiben. Wie geht's das? Ich denke, ich mag die Duellen. Ich würde ihn zu töten und sein, dass ich den Bultimor-Gunschlinger der Bultimor-Gunschlinger sein könnte, oder er würde mich zu töten, und ich würde mich frei sein, von ihm zu sprechen. Du beginnst zu verstehen etwas sehr wichtiges. Was ist das? Die Duellen der Bultimor-Gunschlinger. Es ist ein Win-Win, Freiheit oder Glorie. Das ist großartig. Ich werde das schreiben, wenn ich mögliche. Das wäre mein Geist. Was ist dein Name? Ich habe kein Name. Aber du bist ein Bultimor-Gunschlinger. Nicht wirklich. Ich meine, die Leute, die brauchen zu töten, versuchen wir zu töten. All das andere Sachen, das ist, äh, ein Bunk. Aber du hast duelsen. Einmal im Moment, ich habe. Und du bist nicht interessiert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wunderschön. Aber du magst fortune. Ich brauche Geld, sicher. Okay. Und entschuldige mich, Herr, wenn ich ein bisschen schrecklich bin. Ich bin ein bisschen schrecklich. Dieses Buch, ich muss es machen. Ich bin ein bisschen schrecklich. Und... Und... Es gibt eine ganze Reihe. Es gibt eine ganze Reihe. Lägen. Es gibt alle letzten Sachen. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Ich habe ihn nie gehört. Vielleicht kannst du mit ihm sprechen. Ich habe ihn über Calloway. Einige von ihnen kommen und er... Wie viel du betrachtest? Ein viel. Half der Projekte des Buches. Wenn du mir das schrecklich schrecklich hast. Ich sehe, was ich kann. Ha! Oh! Geh Fotos! Okay. Und es gibt Noten auf dem Hintergrund der Porträte, die dich zu ihnen führen sollten. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Ich denke, wir werden hier auf deinem Rückgang gehalten. Hier sind noch andere Flop-Hausen. So. Das ist halt das, was wir neu bekommen haben. Ein Foto der legendären Revolver-Heldin Black Bell. Black Bell. Mabel Elizabeth Coulter. Die Grand-Dame unter den Revolver-Heldinnen... Dynamit-Witfer. Sechs Mal verheiratet. All ihre Männer waren Spieler, Räuber, Gesetzlose. Nie geschieden. Trägt ihre Witwen-Tracht. Einziges Überlebnismitglied der Coulter Tobin-Bande. Gesetzlose seit Raubüberfall in Rhodes. Groß privates Kopfgeld auf Sieger ausgesetzt. Tod oder lebendig. Zuletzt gesehen nahe Blue-Water-Marsch. Sollte mich fernhalten. Zu gefährlich für einen einfachen Biografen. Auuu. Wecklegen. So. Ah ja. Und jetzt haben wir auch den Aufenthaltsort auf der Karte markiert. Wen haben wir denn da noch? Wir haben Billy Midnight. Auch ein nettes Kerlchen auf dem Foto. Billy Midnight. Geboren. Wilhelm Schnell. Okay. Der Mann, der Rabbit Matthews tötete. Kaum Informationen über Midnight von obigem Mord. War vermutlich Matthews Flindenreiniger und Stallbursche. Kannte Calloway. Er langte über Nacht nationale Berühmtheit. Vortragsreisen danach Nachstellung von St. Louis bis St. Denis, St. Fran etc. Erhielte Morddrohungen und war Ziel von Attentaten. Lebt jetzt zurückgezogen bis auf regelmäßige Besuche im Bahnhof von Rhodes. Dort nach ihm fragen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre, wenn der da einfach so reingeht und sagt, ey, sag mal, bist du nicht, ne? Ja. So, dann haben wir noch Flacco Erlandes. Der Schrecken der Grizzly ist gesucht in acht Staaten. Mitglied einer Bande aus mindestens zehn eiskalten Mördern. Stimmt das? Überfälle in Annisburg, Valentine's, Strawberry und Umgebung. Oh, das ist ziemlich in der Nähe. Zeitung berichtet. Versteck von Kota. Tief in den Grizzly Mountains. Wahrscheinlich zu keinem Gespräch bereit. Vorsicht, ist gewohnt. Will wahrscheinlich nicht reden. Okay. Auch den haben wir jetzt auf der Karte. Gucken wir uns gleich auch mal zusammen an. Und einen haben wir noch. Na, der sieht ja auch schnucklig aus. Emmett Granger. Papa von ihm. Nein, 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 nein. Den bringe ich jetzt nicht. Der ist zu dem. Emmett Granger. Perverser Mörder Schweineliebhaber. Oh, das wird ja aber schlimmer. 1882. Beaverbrook Massaker. Gemeldete Sichtung. 1886. Verschwindende Family. Late Law. Vermeintliche Beteiligung. 1890. Die Chaparral Mord. Der Verdächtiger. 1894. Verhaftung. Der Fossilbande. Zeuge. 1895. Begnadigung. Warum? Derzeit Schweinezüchter in der Nähe des Flat Iron Lake Gespräch verweigert. Also der eine ist Schweinezüchter und der andere Markschweine. Und, äh, ja. Gucken wir doch mal auf der Karte. So. Da sind wir. Da sind wir. Irgendwo hier. Emmett Granger. In der Tat, der ist ziemlich nah dran. Den könnten wir vielleicht irgendwie mal besuchen. Beauty Midnight ist da. Und Bad Black ist irgendwo da. Und die Karte wird immer größer und größer und größer und größer. Mücken. Hallo Valentine. So. Dann gucken wir doch mal ganz kurz, was wir denn hier also haben. Unser Pferdchen ist mittlerweile da oben. Ich musste einen kleinen Schnitt machen, denn ich bin hier reingelaufen. Anklart erwähnt, dass es beim Sheriff im Valentine Kauf Geld ergeben könnte. Ja, genau. Ähm. Da bin ich reingelaufen und habe mir auch quasi diese Nebenquest geholt. Und dann war hier plötzlich Rosé weg. Und ich hätte den ganzen Weg ohne mein Pferd übrigens zurücklaufen sollen. Und da dachte ich mir, nö. Das mache ich nicht. Eine optionale Mission ist verfügbar. Die Erlegung solcher Aufgaben kann gut für deine Ehre sein. Die wird auch gut für unsere Ehre sein, aber da kommen wir noch mal wieder. Hallo. Ja. Ich ruf dich. So. Jetzt mal zurück zu unseren Homies. Moin. Wir haben alle Zeit über Kopf. Soll ich das nicht irgendwo gegenreiten? Ja. Jetzt frage ich mich, ähm, gerade so, die bauen ja da so ein kleines Haus. Und der hat da das Brett. Wie realistisch ist das umgesetzt? Also was machen die jetzt damit? Laufen die jetzt einfach nur rum? Rockstar Games müsste normalerweise einen Schritt weiter sein. Die müssten irgendwas mit diesen Brettern auch wirklich machen. Ausrauben lassen wir mal. Ich hoffe, die fühlen sich jetzt nicht so sehr verfolgt, wenn wir da einfach mitgehen. Immer schön, freundlich, immer nett. So sieht's aus. Der hat das da hingelegt. Mhm, 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 mhm. Gut, der scheint es da zu stapeln. Schade. So. Und wir sollen jetzt, glaube ich, in den Saloon, weil ich das richtig verstanden habe. Jawohl, ja. 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 Ja, da geht's. Herr. Hallo, Herr. Oh, Arthur. Arthur, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich will dich treffen, unsere Freunde. Praktisch zu treffen. Oh, du bist nur ein schwerer, Ticke Mountain-man. Oh, du bist ruhig, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussycat. Exactly. Yes, he's a pussycat. And that's all, Arthur. Whatever you say. How much you cost anyway. Wann that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Ja, jetzt haben wir uns versaut. You got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charm. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, watch where you're going. Take it easy, pal. Take it easy, pal. Oh, and we have our answer. Oh, we have our answer. Nicht mein Hut. Nicht mein Hut anfreund. Hallo? Sag mal. Stop dancing around and fight. 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 Der hat meinen Hut genommen. Hilft der Banetti stärker zu besiegen? Ja, ich komme ja schon. Oh. Oh. Mal billbar, wir haben ja einen Brink. I hate to fight guys. Stop dancing around and fight. Stop dancing around and fight. Don't teach us. lasst mich doch mal los so ähm, was? mein oh ähm, nein nein, nein der ist ganz schön hartnäckig, der Kumpel nein, 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 nein hold on, we'll have don't believe the Alpha come on cool he played with the lose Du lässt mich in Ruhe. Ich kann nicht aufhören. Einmal noch, okay. Der hat angefangen, ich sag's nur. Ich habe wieder neue Freunde, ich sehe, Arthur. Schau, wer wir gefunden haben. Josef Trelawney. Das gleiche. Ich dachte, du ging in New York. Und du hast all diese Glamour. Du musst du schützt. Wie bist du? Gut. Gut. Ich gehe in Blackwater, schaust dich für dich. Du bist nicht sehr populär da, scheint es. Ah! Javier. Und Charles. Ich freue mich. Und Bill, wie gut wie es sein kann. Gentlemen. Es ist immer ein Freude. Du bist richtig. Wir sind nicht zu populär in Blackwater. Wir haben viel Geld da. Und Sean, es scheint. Sean. Du hast ihn gefunden. Ja. Ich habe. Er ist durch einige Bounty Hunters. Sie versuchen, zu sehen, wie viel Geld die Regierung sie verdient. Ich weiß, dass er in Blackwater ist. Aber es geht um sie zu gehen. Wenn wir mit dem Blackwater... Dann sind wir mit dem Blackwater. Ach! 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 Dann sind wir die Menschen, sicher. Es gibt Pinkertons in den ganzen Ort. Aber wenn er alive ist, müssen wir versuchen. Ja, natürlich. Es ist du, die sie wollen, Dutch. Es ist immer so. Charles. Schau dir, was du kannst. Schau dir. Josiah. Mach Javier. Arthur. Schau dir dich aus. Seid ihr wenn du bereit bist. Was für mich? Genau. Was für dich? Was bedeutet das? Oh, Bill. Komm schon. Weißt du, da willst du einfach nur mal kurz helfen und dann siehst du so aus. Mission abgeschlossen und halte. Hm. Um das mal anzugucken. Die Muße eines Amerikaners. Was? Rettere habe jeder von 15... Ja, was will der denn noch? Und unser Hut ist schon wieder weg. Nee, das ist nur nix. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, da rein zu gehen. Die schlafen. Ich nehme nur meinen Hut. Mehr habe ich hier gar nicht vor. Ich glaube, mehr kann ich auch gerade hier nicht vorhaben. Nö. Okay. Ja. Gott, irgendwie sehen wir aus. Schmuddelig. Ganz genau. Einmal auf die Karte gucken. So, das ist jetzt soweit abgeschlossen. Wie, wie Leiche. Ich dachte, die sind nur K.O. Mhm. So, das Sheriff Büro hat zu. Das heißt, die Zusatzoptionen können wir gerade nicht machen. Unser Pferdchen ist hier am Stall, hat sich einen schönen Platz gesucht. Und das sind die Missionen, die wir schon haben, ne? Das ist der Amic Ranger und alle anderen sind jetzt schon wieder zurück. Jo. Das heißt, wir können gerade nix anderes machen. Dann reiten wir nach Hause. So, Pferdchen, komm mal her. So, Wurfi, geh mal weg. Dann reiten wir mal durch die Nacht zurück zum Camp, wenn wir da schon nicht mitgenommen werden. So, dann am ... Wow. Du kannst nur hier überwinden, Freund. Nichts passiert hier ohne ein Driscoll zu sagen. Keine 필요er für die Gefahr. Das ist nicht Klaus. Weiter geht's! Geh in zwischen den Augen! er hat uns gesagt du hast es auch gehört den alten vielleicht sollten wir mal sprung beseitigen moment ich wollte ja nicht selber runterfallen im dunkel so warte mal nochmal so anschauen die klippe und jetzt noch mal da klappt ja super man kann ja nicht runterschmeißen so da ist noch einer das muss doch gehen warte mal das muss doch gehen und alten und riske doch hier runterschmeißen oder so klappt doch man muss ja auch mal ein bisschen aufräumen hier so der ist weg wir wollten kein ärger die haben angefangen was haben wir da ich will da nicht unterstehen vielleicht ich glaube das kommt man zum hell nochmal aber schön dass es nachts beleuchtet ist nett gemacht ein bisschen fürs auge ich will die ganze zeit einen pipoi anmachen den wir natürlich hier nicht haben so sind wir schon da das ist unser camp ich kann es hier so nächste rechts und dann so weiter ok der nächste tram die gut aber jeder hat hier irgendwie seine aufgabe so zurück zu hause ja heilig hin da sind wir wieder so wir können mit rossi auf die jagd gehen vielleicht nicht im dunkeln reden können wir mit den leuten ja aber ja ja na wie geht's hier auch noch da hol ja 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 Ich habe ihn mit ihm gefahren. Hör! Wir haben das gehört. Also sagen wir die Wahrheit. Das ist das, was ich tun? Hör ihn! Also, die nächsten Mal eröffnen, er wird uns sagen, was passiert ist! Wer bin ich? Einige von O'Driskels nicht öffnen, aber er würde sagen, eine liebte. Schrauben wir es. Wir haben einfach Spaß. Geld hier. Oh, ja! Was ist er? Wo ist er? Oh, keine Angst. Du bist? Du bist derart, Mann. Du bist derart. Du bist derart, Mann. Du bist derart. Einig ist das glücklichste und die leidige der dich. Du schuldigst mir, okay? Du schuldigst. Du sprachst. Was willst du von mir? Du gehst. Du bist derart. Die Frage ist, jetzt oder später. Wir haben diese kleine Leute. Okay, okay, hör. Ich weiß, wo der O'Driskel ist. Und du bist. Aber er mag nicht mehr, als du ihn magst. Er ist in der 6-Port-Cabin. Ich nehme dich da. Serious, ich mag ihn nicht. Ich meine, ich mag ihn sogar weniger als ich magst. Kein Entschuldigung. Oh, nein, ich nehme ihn. Okay, dann, Partner. Warum holst du ein paar von uns da oben da oben, jetzt? Ich habe das, Dutch. Es sollte Spaß machen. Alles klar, du. Komm schon. Let's go. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? Uh, we're up into the hills, behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense kill them. Sure. You gotta pay your buddies our respect. You taking us to Cone? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. Alright, I'll leave. Tja, gut, das war ein kurzer Besuch hier im Camp. Sharon Saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say, I ain't an O'Driscoll. You sure look like one and... You smell like... God damn. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan. You got throwing knives in your saddle bag. Doug said that you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere. Hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. How are you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey. Alright. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well. When you was having a failure of reason, and hiding behind your woman, we were getting shot at her. And I'd do the same for you. If you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. See old Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Phil! You still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young fella. Right at the forefront of it. I swear, I promise, I am taking you to comb as best as I can. You'll see, I'll make good. And now we go left, a road will take us up and around. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks and, uh... You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us them. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're in O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colum's a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. From where I've been, You just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John! Shut that boy up! Enough out of you! Boys! We're almost on them. Now... Who knows if this son of a bitch we got with us is talking true. But if it's what he says it is, And Colum O'Driscoll's hair, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear. I swear. This is where he was... Shut up. Okay. Now cut. Left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do... We move quick. And hard. Settle this like we know how. Okay? Okay by me. With you, Morgan. Alright then. Through the trees here. Hey! We're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Fine. What are you doing? Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives. I said easy. Was haben wir denn dabei? Wir haben... Nachkopfmeser? Wir haben den... Den Bogen haben wir noch. Den können wir mitnehmen. Jetzt schauen wir mal, was wir dabei haben. Ja, nehmen wir den Bogen mit. Ja, das wäre ein Suizid. Du wirst sterben, Junge. Aber du verlierst deinen Bogen zuerst. Jesus Christ. Komm schon. Okay, runter. Der Körner ist in der Körner da und da. Es wird ein paar Fähler stehen da, auch da. Wer sind die Leute arm? Arm? Drunk? Wo sind die Verlangen? In Kolomodriskel? Er wird in der Kabinschaft geholfen. Er wird verabschiedet, wie sicherlich es nicht. Over da, jemand kommt. Also, wer wird sagen, dass wir nichts für den Pott haben? Oh, lass mich denken. Der Mann, der Spookte das Spiel ist, glaube ich. Ich werde es drehen. Ich werde es unterhalten. Nein, wir werden das nicht fangen. Wir werden warten. Soll du ihn selbst erzählst? Ja, ja, ja. Wenn jemand tatsächlich werdet den Messenger, wird das nicht sein, soviel. Ja, Herr. Komm her! Schau sie! Komm her! Komm her! Komm her! Was machen wir mit dem Pisschen, Margen? Ein von dem Baum? Er ist dein, Williamson. Okay. Ich habe ihn. Du kennst, was ist wirklich gespürt? Ein Riss! Die nächsten zwei. Was ist der Plan? Wir werden mit diesen zwei. Wir machen keine Fehler. Das ist das die Riss! Wenn wir da sind, We move at the same time. Sooner we get this over with. Shit fire! Don't work. You know the camp? We left our guide up there. He's the meekest of the middle of it. He better be. He better be. That they all have to be lying, or? So, hello. 1,16 Dollar. Ja, ne. Ich sag's nur. So, there are 2 Wachen. What are we doing about him? Hello. Hello. Morgan. Take him quiet, Marster. Okay. Get your hands dirty for a change. Jesus. Oh, bose. Okay, now what? We're at the perimeter. Time to move on. You ready? As I'll ever be. Let's go. How are you doing us? He won't go down! Wait a minute. Now we're doing something different, or what? It's on! We move quickly! We move hard! They all run with Vanderland! Come on then! Come on! Come on! Come on, you Irish bastards! None of them get out of here! We can defend the cabin! Fall back! Holy shit! That's the wrong way for me! Run and hide, if you know what's good for you. What are you hiding out in the woods for? Quella was a big one! That was a big one! That was great. That was a big one. Not slow, Triskos. We got you real! You weren't lying there, little toast! Look out for me now, Triskos! Oh, Drusco! Where are you? Look out! Where are you? Coming up! We catch you on the way! We caught him on the ground! You stay here and you're dead, man! You see me coming? This is quite a hideout! Ah, you drunk idiot! Stop! Got some freeze on that one! D'accord! Let's go! They're turning 10! Leave them! Colm is still here! Hey! He said, Colm will be in the cabin! I'll check! Look out here! Okay! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! But on the way to the hut! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! You got supplies? You're dead now! You ain't gonna check the cabin! I will! Yeah, yeah! Dann... Dann machen wir das! Ich wollte noch nicht alles rumliegen lassen! So, dann gucken wir mal in die Hütte rein! Wo ist denn der Eingang? Da! Wo ist denn der Eingang? Da! Oh! Thank you! Colm O'Driscoll! He ain't here! You've set us up! Come here! What? You set us up! No, I didn't! You did! Colm O'Driscoll ain't here! He was here! I swear! If I was setting you up, I wouldn't have saved your life! It's a good point, Arthur! All right, dann! Go on! Get out of here! Eh? I won't kill you! I didn't set you up! Get lost! Shit, lost! I'm lettin' you run away! Now, go on! Get out of here! That's as good as killin' me! Out there? Without you? Colm O'Driscoll's gonna lose his mind about this! So? So I'm one of you now! Give me a break. All right, then. But I'm warning you! Oh, hey, I know! Come on, let's get to camp! So you got the cash then? What cash? Yeah, usually some cash! In the chimney! I'll check it! The rest of you boys, get the camp quick! See, Arthur? I ain't so bad! Hey, Bill! You tell Dutch old Kieran ain't worth killing! Just yet! Right you are! Genau, noch nicht! So, erstmal plündern! Wollt ihr uns einfach umlegen? Hallo? Was stimmt mit dem nicht? So, im Kamin hat er gesagt! Und... Erstmal nehmen wir das Geld, was wir haben. 14 Dollar! Ich hoffe, wir haben die Zeit und da kommt jetzt keiner! Na ja! Ah, ne, ne, Moment! Oh, gut! Munition! Na ja! So, ablegen! Repetierkarabine und doppelläufige Flinten nehmen! So, ist die besser! Macht Schaden, macht ein bisschen Reichweite, feuert auch sehr schnell! Äh, wo ist jetzt die andere? Na super! Ich... Ich kann nicht weglaufen! Alter, äh... Ja, wir sollen sich jetzt sauber machen! Ja, gut! Okay, gut, dann machen wir das halt! Ne, wir haben ja nichts anderes vor! So, jetzt durchsuchen! Ich wollte nochmal gucken! Den Bogen ablegen und den... Nee, 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 nee! Der Bogen ist leise! Den lassen wir! Durchsuchen! Kamin! Jetzt! Der Bogen ist besser! Aber ist das so schlau, 600 Dollar da im... Kamin? Zwischendurch? Das Essen sieht nicht mal so doll aus, ganz ehrlich! Das... Äh... Nee! Okay, aber wir haben jetzt hier, glaube ich, alles gesehen! Rosti Kekse! Die haben wir noch nicht! Bourbon haben wir voll! Können wir nicht mehr mitnehmen! So, das war's! Und jetzt sollten wir abhauen! Ein Verbrechen wurde gemeldet! Äh... Von wem? Die Gesetzesthüter seh dich nicht! Wenn du ihnen weiterhin ausweist, werden sie die Verfolgung aufgeben! Das heißt... Gut, da kommen jetzt also Sheriffs! So, da sind wir! Da ist 4 Wallis! Da dürfen wir anscheinend auch erstmal nicht hin! Eine Leiche! Äh... Da kommen sie... Gleich sollten wir besser abhauen! Die haben bestimmt Fragen, wenn die kommen! Ja... So... Erledigt! Okay! Ah, mal ernsthaft! 600 Dollar im Kamin? Also, äh... Dann darfst du den ja niemals anmachen! Oh! Entschuldigung, Häschen! Irgendwann stimmt mit Hasi nicht! Also, ne? Dann... Das ist doch auffällig, wenn du äh... den Kamin dann halt niemals anmachst! Oder du brauchst ein zweites Versteck, wenn du ihn mal anmachen möchtest! Fragen über Fragen! An für sich aber ein gutes Versteck! Ist aber hier eine alte Farm? Scheint aber niemand da zu sein! So... Richtung stimmt wieder! Ich guck trotzdem noch einmal auf der Karte! Wir sind jetzt hier! Und dann sind wir gleich wieder in Valentine! Und jetzt können wir die Sache mit dem Kopfgeld auch machen! Denn jetzt sind wir frei genug, das zu entscheiden! Also hier runter und dann an der Bahnschiene entlang Richtung Valentine zurück! Und ich weiß, ich hab's gesagt, dass die Karte von Appalachia schön war und also richtig nett gemacht! Aber kein Vergleich zu dem hier! Viel detailreicher! Da merkt man dann schon, dass da ein paar Jahre Entwicklung auch noch dazwischen stecken! Und auch das fand ich damals bei Fallout 76 einfach so schade! Dass man einfach das nicht genutzt hat! Dass man die gleiche Engine von einem Spiel genommen hat, das einfach drei, vier Jahre alt ist! Und Computerspiele entwickeln sich halt innerhalb von drei Jahren! So, wie du das jetzt hier siehst! So, die Bahnschiene! Bereit genug, dass wenn ein Zug kommt, wir abholen können! Und das ist schon Valentine hier! Aber bevor wir das machen... Moment! So, hier war doch irgendwo unsere Begegnung mit O'Driscolls! Und hier, da! Jetzt schauen wir uns das im Hellen nochmal an! Eieieiei! Eieiei! Eieiei! Sehr detailreich! Oh, ihii! Da standen wir dritten! Ah! Das liegt noch am Bein! Hä, wie eklig ist das denn? Ja, wir schauen uns deine Arbeit an! Und da ist der Kopf! Boah! Wer macht denn sowas? Boah! Sieht aus wie eine Schatzkarte! Na, ein Feld! Ne, und mit den Pfeilen, da reicht's! Weiter! Oh! Geist drehen! Mi! Hm! Erster Mordfallhinweis! Fetzen! Da werden wir wohl noch einige andere finden! Nehmen wir das mal mit! Abgetrennte! Oh! Oh! Eklig! Eklig! Sammeln die passenden Teile der zerrissenen Landkarte, um das Geheimnis zu lüften! Ja! Mal gespannt, ob wir da noch mehr finden! Okay, boy! Ja! Boah! Boah! Oh! Wollen wir schon freundlich sein zu allen! Ne! Zielen wollen wir nicht! Schnellreise geht auch noch nicht! Ist noch gesperrt! Aber jetzt müsste es ja möglich sein! Dann fährt der Schmutzrichter durchleert sich der Gesundheitskern schneller! Strieg der dein Pferd oder reite mit ihm durch Wasser, um es zu säubern! Das machen wir! Ja! Hallo, Sir! Okay, da? Hallo! Herruch. Ja, ich wollte hier rein. Ähm, eigentlich nix. Wollt ihr noch mehr sagen? Dann gucken wir Fred nicht weiter an. Okay, ich dachte, wir können ja nochmal drüber reden, aber anscheinend ja nicht. Gut, gut, gut. So, jetzt hat das Sheriff-Büro wieder auf. So, jetzt hat das Sheriff-Büro wieder auf.